Meine Damen und Herren, jetzt hat's gebummst. Ein Skandal ohnegleichen erregt alle Gemüter und bedroht das Fundament des Staates. Endlich mal was anderes als dieser ewige Quatsch da. Liebstahl, ein Einbruch, wenn höchstens mal ein bisschen Raub. Das Kabinett hat die Belohnung um 3.000 Mark erhöht. Was sagen Sie nun? Sie merken schon, es handelt sich um eine sehr wichtige Angelegenheit. Und Schuld an allem ist der Maulkorb. So, nun sieht er richtig alt aus. Er riecht zwar nicht nach Hund, aber Papa wird ja wohl kaum dran schnuppern, nicht? Vorsicht, meine Damen, die Kriminalpolizei ist schon auf der Spur. Der Staatsanwalt leistet bereits Kleinarbeit. Soll nun über dieses Gesetz, diese Lex Sophia, abgestimmt werden? Wieso abstimmen? Vielleicht machen wir noch eine Volksbefragung. Warum, 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 hat der Kerl einen Maulkorb um? Wir haben zwar keine Angst vor ihm, jedoch ihr könnt uns beißen. Es soll sich niemand über uns, sein Bürgermau, zerreißen. Darum, 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 kriegt der Kerl einen Maulkorb um. So ein Bürger ist ein armer Hund. Am besten ist, er hält den Mund. Sonst wird er eingeschwund. O. E. Hasse gibt in diesem Film einen neuen Beweis seiner glänzenden Schauspielkunst. Da hat man seinem allergnädigsten Landesherrn 26 Jahre lang treu und sauber gedient. Oft sogar auf Beförderung oder an Orden. Und nun? Wenn Sie aus der Sache eine Komödie machen wollen, dann bitte an einem anderen Ort. Die charmante Hertha Feiler steht hoch über den Dingen. Und Hans-Jörg Fellmy ist völlig respektlos. Ich möchte, dass die Sache einschläft. Bei der Behörde sind schon ganz andere Dinge verschleppt worden. Zum Beispiel die bezaubernde Korni Collins. Mama, ich werde mich opfern. Ich werde zu diesem Rabanus gehen. Und sein Name wird reinbleiben. So schwer scheint dir dieses Opfer gar nicht zu fallen. Wie den beiden schweren Ötern Wolfgang Müller und Wolfgang Neuss. Kannst du Ja sagen? Ja, na sieh mal, schön. Ist doch alles in Ordnung. Ich bin dazu zu ängstlich. Der Maulkorb. Ein neuer Kurt-Ulrich-Europa-Film nach dem berühmten Roman von Heinrich Spörl wurde unter der Regie von Wolfgang Staute zu einem wahren Vergnügen. Ein Film mit großartigen Schauspielern. Lotte Rausch, Hans Richter, Ernst Waldo, Ralf Wolter, Edith Hanke, Rudolf Platte. Moment mal! Bei uns gibt es kein Vielleicht-Vielleicht. Wir müssen das genau wissen. Ernie Mangold und viele andere. Wie kommen Sie mir vor, Herr Kommissar? Was ich gesehen habe, das habe ich gesehen. Und von wo aus? Und von wo aus? Das geht Sie ja einen feuchten Schmutz an. Kess, witzig und aktuell. Halt, die Zeitungen sind beschlagnahmt. So etwas kommt natürlich heutzutage überhaupt nicht mehr vor. Heute können wir ruhig schlafen. Der Maulkorb, ein Film spritzig wie Sekt. Frohes Maulkorb! Wie geht's mit dem Gott? We